Jetzt bei uns bei TM Park Today. Wir haben jetzt was Neues, einen neuen Banner, wo wir jetzt aktuell informieren. Wir machen nämlich jetzt jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Short. Ich glaube, das Video war um 17 Uhr und die Shorts ab 15 Uhr. Und das ist jetzt eine Neuigkeit von uns. Und wie gesagt, auf Twitter sind wir auch. Schaut da auch mal vorbei. Dort gibt es auch jeden Tag etwas zu sehen, beziehungsweise zum Lesen. Bis dann.